Wie euer selbstgebackenes, veganes Toastbrot richtig perfekt wird und nicht so aussieht, uah, was ist da denn passiert, sondern richtig fluffig, saftig, lecker frisch, das zeige ich euch heute. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians, herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Wir fangen heute mit einer Mehlschwitzenpaste an. Ich habe hier einmal Dinkelmehl und gebe ein bisschen Wasser hinzu. Die genauen Mengenangaben wie immer unten unter diesem Video. Da habe ich alles für euch sorgfältig notiert. So, und das vermenge ich jetzt schon mal miteinander, dass es klümpchenfrei ist. Und das, was ich jetzt gerade mache, ist eine Mehlschwitzenpaste. Das ist ein sogenannter Tang Zong. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Tut mir leid. Es ist eine chinesische Mehlschwitzenpaste, die dafür sorgt, dass weiches Gebäck fluffig, lecker und lange frisch bleibt. So, ein bisschen Pflanzenmilch gebe ich jetzt noch hinzu. Das verrühre ich ordentlich und dann habe ich auch schon mal den Herd angestellt. Und ihr müsst wirklich, während ihr diese Mehlschwitzenpaste herstellt, die ganze Zeit ordentlich rühren. Ich habe das jetzt zuerst mit dem Schneebesen gemacht. Tatsächlich besser läuft es mit diesem, ich glaube es ist ein schwedischer Schneebesen. Zeige ich euch aber gleich. Könnte aber auch dänisch sein. Also korrigiert mich bitte gerne unten in den Kommentaren. So, ich rühre jetzt hier schon mal. Also am Anfang ist ein Schneebesen tatsächlich besser. Aber sobald es anfängt einzudicken, solltet ihr schnell umschwenken auf diese andere Variante. Denn dann kriegt ihr das besser später hin. Seht ihr aber gleich. So, also rühren, rühren, rühren und schon kurze Zeit später könnt ihr das sehen. Hier erkennt ihr das. Das fängt jetzt langsam an einzudicken. Ja, also quasi wie beim Pudding. Nur, dass wir natürlich eine kompaktere Masse haben. Und das brauchen wir wirklich. Dieses Toastbrot ist fantastisch lecker, saftig, fluffig. Also einfach wirklich richtig perfekt. Ich habe längere Zeit an diesem Rezept. Ah ja hier übrigens, das ist die Situation, wo ich jetzt einmal wechsel. Ich habe längere Zeit an diesem Rezept für euch getüftelt. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie oft es jetzt schon dieses Toastbrot gab. Ich hätte auch noch viel mehr gebacken und ich werde auch zukünftig mehr davon backen, weil es richtig lecker ist. So, rühren, rühren, rühren. Jetzt habe ich dieses skandinavische Rühr-Ding hier. So, immer kräftig. Guckt auch immer nochmal in den Ecken nach, dass sich da nichts absetzt. Das sieht doch gut aus. Oh, das ist schön geworden. Ihr könnt den Herd dann schon mal ausstellen. Das mache ich meistens immer rechtzeitig vorher. Dann kann dennoch auf der Resthitze, kann das dann nochmal eben nachgaren. So, und dann habe ich hier meine Station fertig. Ich habe hier mein leckeres Hefewasser. Nein, das kommt jetzt noch nicht hinein. Das wäre viel zu heiß und die Hefekulturen würden sterben. Also geben wir zum Tang Tsong erst einmal ein bisschen Öl. Dann hier noch ein bisschen Salz. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Zuckerrübensirup. Für diejenigen, die nicht vegan sind und die das gerne mit, in Anführungsstrichen, normalen Zutaten haben möchten. Ihr könnt die Pflanzenmilch selbstverständlich auch mit Kuhmilch austauschen. Und den Zuckerrübensirup, den verwende ich generell ja gerne beim Brot. Auch gegen Zucker, beziehungsweise dann auch gegen Honig. So, und dann hier noch ein bisschen Pflanzenmilch. Und jetzt rühre ich mir das weiterhin geschmeidig. So, einmal richtig kräftig umrühren, sodass ihr wieder eine richtig schöne geschmeidige Paste habt. Hier könnt ihr sehen, das ist das Endergebnis. Sieht doch gut aus, oder? So, und dann habe ich jetzt hier mein Mehl. Das ist Dinkelmehl. Ihr könnt das selbstverständlich auch mit Weizen austauschen. Habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ich habe zwischendurch mal mit Dinkel ausprobiert, dann wieder mit Weizen. So, und wenn das dann in den Topf ist? Nein, die Hefe gibt ihr immer noch nicht hinzu. Ihr vermengt das jetzt erst einmal, denn es ist tatsächlich sehr, sehr warm. Wenn ihr ein Thermometer habt, ich habe ja ein Fleischthermometer, dann messt auch wirklich die Temperatur. Man vertut sich bei diesem Teig tatsächlich sehr, dass man das Gefühl hat, naja, ist nur noch lauwarm, weil das mit dem Finger ganz gut passt. Und das Thermometer zeigt aber 46 Grad an. Testet das. Und erst, wenn das so um die 40 Grad maximal hat, gebt ihr dann euer Hefewasser hinzu und verknetet es so. Und rührt es richtig schön geschmeidig. Wenn ihr Dinkelmehl verwendet, ungefähr fünf bis acht Minuten insgesamt. Wenn ihr Weizenmehl nehmt, dann zehn bis 15 Minuten. Und das Ganze decke ich jetzt mit meinem Bienenwachstuch ab. Wie schon vorhin gesagt, das ganze Equipment liste ich euch unten unter diesem Video, falls euch das mal interessiert. Lohnt sich in jedem Fall, denn damit könnt ihr meinen Kanal hier auch noch ein bisschen unterstützen. So, und das lasse ich bei Zimmertemperatur stehen. Und zwischenzeitlich, ja, ich habe mir endlich eine Toastbrot Backform besorgt. Die ist sehr groß, aber praktisch, denn es gibt hier so einen kleinen, ja, so ein Trennkärtchen. Die kann man reinmachen, wenn man nur die Hälfte oder weniger benötigt oder zwei verschiedene Brote backen möchte. Und die sorgt dafür, dass man eine richtig schöne eckige Toastbrotform hat. Aber die Menge reicht auch für eine Kastenform, also ihr müsst das jetzt nicht unbedingt besorgen. Ich finde das richtig toll, weil jetzt sind die Brote noch professioneller. So, und hier der Teig geht schon, aber der ist zu lange gegangen. Es ist wichtig bei diesem Toastbrot, er sollte nicht länger als zehn Stunden gehen, sodass er anfängt aufzugehen, aber noch nicht komplett hochgeschossen ist. Dann ansonsten läuft ihr euch wirklich über. So, hier könnt ihr es sehen, der hat Fäden, also der hat schon ordentlich Trieb, aber der hat noch nicht diese Übergare. Also keine 14, 16 Stunden, sondern wirklich guckt, dass ihr das anders habt. Und hier teste ich das gerade einmal mit dieser Trennenkarte, also Teig zur Seite schieben, Karte rein, Teig wieder zurückschieben. Sieht gut aus, aber jetzt mache ich nochmal die Variante mit der doppelten Menge. So, und dann macht ihr einfach den Deckel drauf, hier diese Speere drüber und zack ab in den vorgeheizten Backofen. Und so sieht das Stück aus. Ist das nicht schön? Gucken wir uns mal den Anschnitt an. Was meint ihr? Oh, ich bin schon wieder ganz aufgeregt. Ich freue mich euch dieses leckere Rezept zu zeigen. Und hier, da ist es. Ein veganes, leckeres, fluffiges, saftiges Toastbrot. Und die Porung ist ganz fein. Lasst ihr es länger drin, dann habt ihr so eine grobe Porung. Und das wollen wir beim Toastbrot nicht haben. Das soll ja noch fein sein. Hier, guckt euch das an. Das ist uns wirklich von den Kindern aus den Händen gerissen worden. Richtig lecker bekömmlich. Und ich freue mich schon auf eure Kommentare. Was haltet ihr davon? Habt ihr es nachgebacken? Wie es hat euch geschmeckt? Lasst es mich wissen. Und auf dem Bildschirm seht ihr jetzt neue Videos extra für euch. Guckt sie euch an. Genießt die Hefewasserwelt. Ich bin bald wieder zurück. Eure Emma